Hallo, hier ist der Martin von Mann & Mann Kies, das ist die Daxanalyse für nun Donnerstag, den 4.7.2024 und unsere Bärrösterflagge wurde hier wieder ordentlich durchgerüttelt und einmal nach oben umgedreht. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass es an sich eine gute Gelegenheit wäre hier in die Auflösung der Bärrösterflagge reinzugehen, wenn es ihm denn gelingt um 2.30, 2.60 in der Umkehr nach unten einzuleiten. Das hat er uns nicht dolle schwer gemacht zu erkennen, dass er das nicht will, denn er ist ja sogar per Aufwärtskepp gleich reingesprungen und dann direkt auf den frontalen Angriff und hat sich oben direkt gleich an die 2.60 ran gemacht, die dann auch relativ gut sichtbar im Tagesverlauf überwunden und dann sollte er hier eben weiter hochkackseln bis er 300,335 und zur oberen Flackenkante. Und die 300,335 hat er dann auch relativ easy weggeschnurrt, sich weiterhin positiv gehalten und auch drüber gedrückt. Hat sich auch unsere Lisa da ihren Long nix nehmen lassen, da einfach sich noch ein paar Punkte mit rauszubeißen. Und jetzt sind wir hier an dem Punkt, dass wir wieder über die oberen Flackenkante sprechen können. Die oberen Flackenkante notiert nun bei 4.50. Wäre natürlich ein regelwidriger Bruch nach oben, aber jetzt auch nicht so ungewöhnlich, wenn wir auf der Ebene gucken. Ja, da hatten wir uns schon die ganze Zeit ein bisschen drauf vorbereitet, dass es durchaus eben auch sein kann, dass das Ding nach oben ausgehebelt wird, weil es von der Stimmungslage so, ja, an sich hier nicht wirklich reingepasst hat mit der bärischen Flagge, dadurch, dass es hier noch ein Korrekturmuster war. Und ich die ganze Zeit immer gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass hier unten immer nur Bären fallen wären. So ist es jetzt erstmal auch. Das gibt jetzt keinen Grund, zu optimistisch am Donnerstag zu sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir am Donnerstag vielleicht sogar jetzt einen kleinen Wochenhochpunkt setzen. Ja, also das passende Gegenstück zum Dienstag. Dienstag haben wir es tief gesetzt. Jetzt könnte Donnerstag das hochkommen und zum Freitag rutscht er wieder zurück, wenn die Amerikaner dann dabei sind. Wir haben jetzt am Donnerstag US-Feiertag. Das heißt, viel wird wohl gar nicht passieren. Da kann auch sein, dass der sich früh einfach nochmal einen bestimmten Bereich hinhebt, was dann eben die Flaggenkante sein könnte oder sogar auch drüber. Ja, das wäre ja eigentlich noch fieser und noch passender für den DAX. Über die Flaggenkante heben, Donnerstag drüber schließen und dann Freitag wieder reinfalten. Ja, und fast bis in die Mitte zurück. Schieben. Also das wäre, Mitte ist hier übrigens jetzt dann die 18300. Ja, aber das wäre für einen DAX eigentlich so ein richtig typischer Verlauf. So, ich glaube, das habe ich jetzt schon hundertmal angepasst, dass die Linie wegkommt. Ist aber egal, ich mache das gerne nochmal. Zack, die gehört nämlich nur im Tageschart. So, und dann stelle ich uns auch hier nicht. Also, Knackpunkt ist hier die 450. Wir haben mögliche Verkeilungslinien, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Die kommen dann im Bereich um 550 bis 600. Das heißt, das wäre ein schöner Bereich, der natürlich angelaufen werden kann. Insbesondere auch durch diesen Schluss vom letzten Wochenmittwoch. Ja, 550 bis 600 ist die nächste Station, wenn die 450 überwunden wird. Dennoch ist die 450 jetzt erstmal die obere Flaggenkante, kann also gut sperren. Wie gesagt, die Amerikaner fehlen halt. Ob ich da auf eine derartige Verteidigung eines solchen Musters unbedingt viel geben würde? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, also könnte man ruhig vorstellen, dass der einfach sich oben irgendwo hinstellt und dann stehen gelassen wird. Ja, bis zum Feierabend, dann können die Amerikaner eben wieder mitgenommen werden. Punkt. Gucken wir auf der Ebene hier am Tageschart, können wir festhalten, der nächste interessante Punkt ist tatsächlich hier eben erst dann die obere Abwärtstrendkante im Bereich um 18.700. Ja, schwupps, sind wir dann auch schon wieder relativ nah dran. Ja, wir erinnern uns. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber dafür muss eben auch erst die Kante rausgenommen werden und er muss den Freitag nicht versenken. Also ich würde den Donnerstag tatsächlich ein bisschen einklammern, auch wenn es mir eigentlich gefällt, wie es sich bewegt. Weil, wenn ich mich zurückerinnere, hier unten auch an das Webinar, was wir mit den Seminarteilnehmern, äh, mit den Webinarteilnehmern hier unten hatten, da habe ich so sinngemäß gesagt, hier oben hat es noch nicht gestimmt für einen Ausbruch von der Stimmung her, weil alle so lang orientiert waren und schon Richtung 19.500 und 22.000 geguckt haben und noch mehr. Dann hat man gesagt, ach, hier unten passt es jetzt eigentlich perfekt, dass er sich jetzt umdreht und oben raus, aber man müsste es irgendwie so machen, dass die, die lange drinnen sind, dass denen das so lange dauert, die irgendwie rausgelutscht werden und sich so irgendwie so zickzackartig hochwendet und dann irgendwann einfach das Überraschungsmomentum nutzt und sich nach oben hin ein bisschen lang macht. Das wird immer mehr, sieht immer mehr danach aus halt, ne? Also wie erst könnte wirklich die bärische Flagge im Verkehrraum auflösen? Ähm, weil das jetzt auch viele, viele in Dezember versprechen jetzt mit dem offen gelassenen Gap, ähm, viele sind ja gar nicht so richtig long dabei, die, die long dabei sind, sind wahrscheinlich schon erstmal wieder raus, den anderen hat es zu lange gedauert über die Tage, die waren vielleicht schon unsicher, sind vielleicht sogar auf die Short-Seite rüber gewechselt. Also wenn der jetzt, ähm, das clever anstellt und jetzt gerade noch zum US-Feiertag, wo jetzt keiner mitrechnet in eine schöne Bewegung und zum Freitag nicht auskontert, also dann steht der ja am Freitag schon über der 18700. Das muss einem klar sein. Ja, und deswegen würde ich wahrscheinlich sogar, ähm, hier tatsächlich eher erstmal auf der long-Seite noch mein Glück probieren, auch wenn ich ganz klar 4,50 meiden würde und vielleicht sogar irgendwie, ähm, Teiferkrafter ziehen würde oder irgendwann würde mich einfach gegen eine Gegenbewegung sichern. Ja, ähm, 50, 600 gucke ich mir auch nochmal ganz genau hin, aber grundsätzlich, wenn das alles grün gestanden kriegt, wäre für mich hier erstmal perspektivisch auch aus Tagesebene der Weg hoch. Klicken wir ein Abgehen an der 4,50 oder gegebenenfalls vom Start schon weg, wird jetzt die 3,60, 3,35 erstmal von oben support. Sollte die nicht halten, äh, kommen wir hier auf den 300 und 2,60 zurück. Ja, also gerade so die 300, hier auch so als mittlerer Bereich, 300, 2,60, ähm, wäre eine populäre Zone, um wieder angelaufen zu werden und dann haben wir natürlich unten auch das Geld bei 1,85. Das wäre aber dann schon deutlich längere Strecke, dann würde der Ausbruch oben auf jeden Fall vertagt werden. Müsst ihr das auch noch ordentlich negativ performen? Ist jetzt nicht unmöglich, aber ich denke, dafür muss er von Startbeginn steil nach unten. Dann könnte er sowas schaffen wie eine 1,85 mit US-Feiertag im Nacken, aber vielleicht ein bisschen dolle 4 verlangt. Also da sehe ich schon eher, ne, ihr kennt das, wir besprechen immer die Szenarien, was kann der DAX, was, was wird er in so einer Situation typischerweise machen? Nicht, damit wir alles erzählt haben und morgen sagen können, ja, es ist gestiegen, wir haben es gewusst oder es ist gefallen, wir haben es gewusst. Es ist seitwärts gelaufen, wir haben es gewusst, das wollen immer viele so sehen, aber so ist es nicht und darum geht es uns auch nicht, sondern es geht uns darum, die verschiedenen Szenarien aufzuzählen, die wir sehen, damit wir eben, wenn wir sehen, dass die Eintreffen, wie zum Beispiel der DAX, wie man gestern gesagt hat, wenn der sich über 2,30, 2,60 rausdrückt, dann hat der Platz bis da oben raus und so, dass man dann eben mitgreift und nicht von früh 8 Uhr sagt, der Martin hat gesagt, das muss jetzt fallen. Sagt der Martin auch nicht, ne, der Martin sagt jeden Tag, das kann steigen oder das kann fallen oder das kann zur Seite gehen. Das sage ich jeden Tag. Da braucht, kann man sich nicht lustig drüber. Es gibt Leute, die machen sich lustig drüber und denken, sie können mich damit kitzeln, aber das ist doch genau das, was ich auch sage. Also, es kann steigen, es kann fallen oder es kann zur Seite gehen und dafür gebe ich euch immer Erkennungsmerkmale mit, an denen ihr das eben erkennen könnt. Wer das nicht versteht, wenn ich das tausendmal erkläre, will es wahrscheinlich nicht verstehen. Das ist dann so. Ja, aber ansonsten, wir haben für alles diese Erkennungsmerkmale und ordnen das dann ein. Und wenn ein US-Feiertag ist, wo eigentlich wenig Bewegung ist, kann ich dann das ein oder das Szenario vielleicht auch übergewichten oder untergewichten. Ja, und für den klassischen Donnerstag würde man schon sagen, der kann locker bis 18,1,85 runter und wieder zurück. Aber ohne die Amerikaner ist es beinahe schon fast unwahrscheinlich. Ja, auch wenn es ein schönes Donnerstag selber wäre, ne, sondern da würde ich eher sowas erwarten, wie hier einfach hochstellen zur Seite. Das würde viel besser passen. Dann kommt die Amerikaner am nächsten Tag rein, bügeln das wie alles rum. Es wäre einfach typischer. Ja, heißt aber nicht, dass es so kommen muss. Heißt nicht, dass es da eine Garantie gibt. Heißt auch nicht, dass ich sage, der Markt muss steigen. Ja, sondern einfach, wenn wir sehen, okay, der prügelt sich hier oben raus, dann rechnen wir einfach damit, dass er dort stehen gelassen wird. Ja, und fortüllen uns da nicht noch in krasse Fummelei. 4,50, 5,50, 600. Nächste kleine Station auf der Oberseite. Das ist klar. Damit mache ich hier aus. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Klingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 5,50, 5,50. Nächste kleine Station auf der Oberseite.